Jetzt wird auch darüber gestritten, wird nur die Schiene ausgebaut oder nur Brücken oder auch die Autobahn. Also das sind so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die jetzt zur Glaubensfrage hochgejazzed werden. Das kann am Grunde nicht gut gehen. Und warum Robert Habeck da jetzt so angefasst ist, ist, weil der grüne Höhenflug vorbei ist. Von der 20 plus x Prozent Partei runter auf 14 oder was es jetzt sind, hinter der AfD inzwischen, übrigens auch vollkommen zu Recht wieder zusammengestußt.